Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Na gut, hast mich mal wieder rumgekriegt Hat sie wenigstens einen anständigen Häntern? Fast schon unanständig Pass auf, Finger weg Hier hat dein Vorgänger, hier hat Fritz geschlafen Aber das ist ja eine Besenkammer Ja, aber wir haben leider keinen anderen Platz für dich Und wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, dann... Kommst du zu mir, ich bin dein Nachbar Hübsch Was ist denn das? Das ist ein Coaster Was bitte? Wem gebe ich meine Papiere? Mir Aber lass dir Zeit Was soll ich denn machen? Ist dein erster Rummel? Hm Also wenn ich dir einen Tipp geben darf Bei uns trägt man das entsprechende Schuhwerk Ich bin dein Käfer Ich bin dein Erster Rummel Ich bin dein Erster Rummel Guten Abend. Guten Abend. Das ist aber echt nett. Danke. Hier waren Sie zu klein. Die Sporen fehlen noch. Die trage hier nur ich. Es sei denn, ich verdiene sie mir. So, jetzt kann ich reden. So, jetzt können Sie das nicht ein bisschen sehen. Tschüss. Hier, gibst du deinem Chefs, das hast du, wenn ich woher du so hast. Okay, tschüss dann. Tschüss, kriegst du einen von meinen Buben und das halbe Riesenrad, wenn du bleibst. Ist ja nett, aber ich... Ach komm. Tschüss.